Ich kann nicht ihn behalten. Ruf dem Kollegen an. Okay, ich ruf er an dem Kollegen. Schnell, ich kann nicht. Okay, die Kollegen haben zu uns gerufen. Schnell, ich habe gehen zum das Läuferstraßen 2. Da ist ja ein Trankenfahrer und die Mädels kann ihn halten. Schnell, mach die Blaulicht an. Okay. Wir beide sind schon da. Oh, ihr sind ja da. Okay, okay. Schnell, raus. Na Mädels, was ist ja los? Wir kann nicht das Trankenfahrer ja das ganze Zeit mit uns gehalten. Okay. Schnell, schnell, schnell. Hallo, stehen bleiben. Hände hoch. Ach du Scheiße. Ihr habt gefürscht. Ihr wollt mehrere coole Videos. Abonniert und legt unseren Kanal. Und auch drücken auf das Bell, so ihr nichts verpasst. Wir haben ein neues Video jeden Tag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bistar ist ja, das war ein neues Video. W König вес. Vielen Dank.